Willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir nehmen den Sunny-Tödo. Ausbauen und gib ihm Kante. Denn wo lässt es sich leichtere Punkte fahren wie in Operations Bind und Metro 2014. Richtig, nirgends. Das werden wir verlieren. Denn die sind nämlich schon bei B. Die sind schon unten. Ist das unten oder oben? Wir sind die Russen. Okay, also haben wir schon mal keine Chance hier eigentlich. Ach, da standen die noch genau vor mir. Das ist natürlich Glacke. Immer rushed zu sagen. Jetzt nehmen wir mal die Schottel mit. Da braucht man ja noch ein paar wenig Punkte. Punkte. Alter, wo kommt es denn nirgends her? Boah, f*** die Henne, ey. Alter, von überall. Oh, Alter, ist das ein Gewimmel, ey. Okay, wir haben jetzt B verloren. Das ist natürlich Oberkacke. Die schon unten. Aber da schrotzen wollte ich ja so gut wie nichts probieren, ey. Ich kenne das hier. Oh, Mann. 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 Keine Ahnung, ob es Sinn macht hier. Da lief gerade einer hoch. Kopftreffer sogar. What the fuck? Jawohl. Eine neue Pumpe. Fürs Gelumpe. Scheiße. Ja, das geht natürlich runter. Hm, bitte dieser Fame. Hm. Eine Fahrstühle ziehen? Oh Gott. Soll ich den eigenen anschießen? Ja gut, dann nicht. Oh, ich will das hier schon wieder verlieren. Ich bin gut aufgeräumt mit zwei Mann. Erstmal. Wir müssen wirklich beeinnehmen, ne? Ansonsten... Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Scheiße, es hat wieder nichts gebracht. Wir müssen überlegen, ob ich mir die ganz normalen Ska-H, also die Ska-H nehme und nicht die Ska-H. Oder die neue Schrotflinte. Oh, die Emonation. M-1014, Entschuldigung. Was muss man aus dem Blick bekommen? Ach, what the fuck, man kann sogar Slug-Munition nehmen. Boah, wie krank ist das denn? Hm, Stummelwehr. Jetzt nehmen wir die Ska. Oder diese Ska-H. Für alles noch nicht so viel Klappgriff beitreten. Ja, ja. Weg dich, komm. renn doch da nicht rein das bringt hier nichts was sich gerade einer nämlich gespawnt nachkommen ach shit sind da viele mann was machen denn meine leute hier richtig witzig mann das gibt's doch nicht ohne wütze was machen die da eigentlich hier läuft ja nicht machen idiot ey steht er sich genauso hin dass ich nicht an dem vorbeikomme hier Hm. ich bräuchte wie heilung da wie die aber genau da runter holzen Ja, ich krieg Schiss, aber wenn ich um die Ecke gucke. Scheiße. Wir laden mal in Ruhe nach. Wir laden mal in Ruhe nach. Wir laden mal in Ruhe nach. Na, das hat er mal lebt? Okay. Ah, wenn jetzt einer wird genommen. Bei einem. Ah, da sind so viele in dem Raum, ey. Selbst wenn da haben wir, ey. Läuft noch? Läuft noch. Alles klar. Ah, da hatten wir auch nichts hier. Oh Mann, AK-12, woher bringt das sonst? Haben wir da nicht nur irgendwas für Zubehör? Dieser Dreistrahl-Laver. Yeah. Was machen wir? Party, Party. Drei Punkt, Läser? Es muss einer. Ah, ja. Ja, okay. Dann machen wir uns halt auch nur mit einem. Müssen wir ja wohl. Wir waren da außen außerdem gewesen. Oder ich wieder hingehen werde. Mal den nächsten weg. Okay. Oh Gott. Ja, Mutterschrotz. Seige hat er schon. Das gleicht einem Gemetzel. Das sind doch drei Punkte. Das sieht auf nahe Distanz. Ich muss aus wie einer. Irgendwie. Ja. Ah, zum Glück hat er sich nicht lange gehalten. Ah, zum Glück hat er. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sind die noch unten? Das ist aber nicht large, was wir hier spielen. Wir sind noch unten. Ups. Da komme ich nicht hin. Der rennt zurück zu C. Einen Wurz? Okay. Ja, wer Granate schmeißt, verliert, ne? Das Ding mag ich eigentlich auch auf diesem Spielmodus. Ja, der ist schon... Nee, den lassen wir weg. Das Problem ist an dem Ding, wenn du dann... Wenn du dann... Wenn du einen Schalterverlust verziehst, verziehst du quasi so ein bisschen halt, ne? Also, nicht nur ein bisschen, sondern... ...wann schon derbe. Die mit ihrer M320, wie mich das immer nervt, ey. Ich habe keine Chance. Da ist gerade Nebel, da sehe ich nichts. Ach, hierher wäre schon was Feines. Kommt noch an mir vorbei. Jawohl, kommt da. Aua. 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 Manche in den Ernst halt nicht? Ich hätte mal... Ich hätte mal... ...die Arzttasche rausschmeißen sollen, denke ich. Jetzt wo? Alter, was soll denn die Kacke? Jedes Mal dieses Gebehinderte-Geblocke hier. Und negativ, ne? Ja. Natürlich, was sonst? Wiederbeleben ist auch ein bisschen zu viel verlangt. Boah, ey. Ich setze den ersten Schuss ab und er tötet mich. Ach, daneben nicht. Fick doch die Henne, ey. Was? Was war das denn? Wo kam denn der Schuss jetzt her? Was war das? Hä? Warte, warte, warte. Jetzt mal im Ernst. Was war denn das gerade? Der hat mich durch die Wand erschossen, ey. Alter, das... Das kann doch nicht wahr sein, ey. Alter, geht mir das auf den Sack. Sowas ist echt behindert. Wie kann der mich, bitteschön, durch die Wand erschießen, ey? Ohne Witz, ey. Mann. Mann. Mann Mann Es hat keinen Bock dazu spawnen, ohne Witz, ey Das ist ja drin, ey Das ist ja drin, ohne Witz, 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 ey en Warum treffe ich dich nicht? Warum treffe ich dich jetzt nicht getroffen? Was war hier rum? Von der Seite muss man eigentlich aus ran? Oh Alter, wie viele wir gleich wieder sind. Das ist nicht schön. Oh ja, wir müssen das noch mal filmen. Was ist das Level, kann man nicht hier noch so? Immer 20.000? Ja, so müssen wir ein bisschen. So, dann auf jeden Fall zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.